Frau Laddick, Bootcamp 2012, wie wird's? Es wird wahrscheinlich so sensationell, wie die beiden vorhergehenden. Da gehe ich jetzt schon fest von aus. Wir sind alle schon ein bisschen geübter, was Barcamps angeht. Und ich glaube, es werden auch viele neue Leute dazu stoßen. Junge Leute oder eben auch welche, die auch merken, aha, da tut sich was, es lohnt sich vielleicht doch dabei zu sein. Neben den ganzen alten Hautegen und unternehmenslustigen Menschen, die sicherlich auch wieder kommen werden. Ich bin auch schon dabei, mir Sessions zu überlegen, was könnte man vielleicht diesmal Besonderes anbieten. Wollen Sie schon was verraten? Naja, also ich hätte schon Lust auf ein bisschen beklopptes Session mal. Also nicht so ganz ernsthaft, wohin geht's mit der Zukunft des Buches, sondern vielleicht auch ein bisschen die Atmosphäre in der Buchbranche, mal auf die Spur zu kommen oder so, mal sehen. Also ich plane eher was Verrücktes. Denn das Buch kann es euch auch spaßen. Wollt ihr's? Wollt ihr an?